Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge von meinem Let's Play Lara Croft Underworld. Und, ja, wir versuchen. Und, ja, wir versuchen hier weiterzukommen. Wir haben jetzt zwei Medi-Packs mittlerweile. Ja, die anderen zwei habe ich unten im Kampfergurk. Eigentlich wären es wieder vier, aber egal. Es ist, wie es ist und so ist es gut, während wir auch haben beide Medi-Packen. Ja, so, dann gucken wir mal, was ist hier die Scheiße. Habe ich irgendwas falsch gedreht da unten? Ja, okay. Die Sendos drehen. Gut. Ja, okay. Habe ich richtig gesehen? Da war ein Lichtstrahl. Ein Lichtstrahl oder muss man da noch weiter drehen? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ach was. Sag bloß. Ich musste das bei allem so machen. Ja, das macht es richtig. Ich muss mir das aufwärts sein. Ich muss mich an, wie Kendi mal sehen. Ich muss mir das verzeihen. Ja, wir müssen man hier anden. Sonst machen wir das natürlich gar jetzt auch. Okay, woher soll man das denn auch wissen? Aber anscheinend sollte man das von oben so machen. Ja, ähm, falsche Taste, Mom. Ähm, ja, zack. Okay. Oh, no, halte ich mal fest. So, okay. Wusch. Sack. Nein. Das war nicht so gewollt. Nicht so... Ja, keine Ahnung, also, ich habe in einer Folge erwähnt, dass ich irgendwie, ja, jetzt gerade nicht so schreckhaft bin, gut, das liegt aber auch nur an einer Sache, weil ich ein bisschen müde bin, und ja, keine Ahnung, ja, ist halt so, ähm, okay, soweit zu meiner Frage, ich muss also praktisch das Drittel und Viertel machen, und jetzt eben nicht lassen, und so, ui, ich denke, und jetzt hier, da muss ich auch noch ein bisschen, ja, super, vielleicht grauenhafte Gestalten werde ich da äh, erleben müssen Wer hat das alle Kruse gesagt? Zu fauna Und zack, und zack Ähm, wo ist denn jetzt der letzte zum Drehen? Ist der hier unten oder? Ja So 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 Okay 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 Walhall Zeigebub 1, freigeschaltet Ja Bitte schön Äh, ja Walhall Wal... Walkuren, äh Die Walkuren, also jene, die die gefallenen Kuren bestimmten, auf der Schlacht gefallen haben, die würdig waren, nach Walhall einzuziehen. Ach so, aber deswegen, okay. Sie werden oft als Frauen mit geflügelten Helmen oder Pferden dargestellt. Man nimmt an, dass die Walkuren und ihre Reittiere Mieter fähren, für die Raben waren, die sich nach einer Schlacht auf den Leichen der Gefallenen wieder wissen. War das nicht kregen? Aber egal, Walhall, 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 die Halle der Gefallenen, die Seelen der gefallenen Krieger werden von deren Walkuren in Odins prächtige Halle geführt. Aha. Dort messen sich die Krieger jeden Tag im Zweikampf. Praktisch die Hölle, aber irgendwie der Himmel für Kämpfer. Hm? Um sich auf die Ragnarück vorzubereiten. Abends vergnügen sie sich bei Bier und Miet, bevor am nächsten Tag alles von vorne beginnt. Diese Städte ist die deutlichste Verbindung zwischen den Mythos, wie wir ihn verstehen und der Realität der Untoten Gefallenen, die hier ein Artefakt bewachen, das in der nordischen Mythologie Mülsir benannt wurde. Ja. Äh, die Taste war das. War verdammt. Stimmt so. Und jetzt? So. Ja. Ja. Also. Ab dahin. Steht sie mal im richtigen Licht. Unsere Lara, das sieht doch episch aus. Ja. Naja, dann probieren wir es mal. Oh. Lass mich raten. Wir müssen wieder Motorrad fahren. Hä? Wo ist mein Motorrad? Sag mal nur bei mir so oder Zeitlupe. So, nicht mehr. Gut. So, ich weiß. So, ich muss hinbekommen. Warte, das hat mir doch zu fahren und gepackt. Warte. Ja. Warte, warte, warte. I wanna have a way to have it. E. Danke. F. Joa, meine lieben Leute. Irgendwie haben wir nicht mehr viel Zeit. Oh, da vorne. Ui, 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 ha. Was? Hurra, ist der schnell! Und ich hab gedacht, dass wir noch ein bisschen langsamer... Ja! Muss ich hier eigentlich auf Motorrad eigentlich kämpfen? Hm? Ich weiß es nicht. So, meine lieben, ob wir hier noch ein bisschen... ... ... ... Schätzend verzinnen ich ja eigentlich sehr wenig. Ich würde Mehrwert auf sowas wie Mediatek legen. Es ist egal, in welche Richtung man hier irgendwie langfällt. Ja, ähm, dann hole ich mal mein Motorrad. Und, ähm, ja, keine Ahnung, ein Kommentar wäre sicherlich angebracht da unter, wenn es heißt, ich... Oh Gott. Wenn ich da eigentlich jetzt keine Motorräder mehr leuchte, dann würde ich es bevorziehen, diese auch nicht mehr nutzen zu müssen. Die Frage ist, war das jetzt mit Wolken? Ja, die Zeit drängt und ich weiß nicht. Ähm, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier so und spiele halt sozusagen gleich weiter. Ja, bis gleich. Na, ich hoffe, ich lad das dann den entsprechenden Parallelen. Also, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.